Guten Morgen liebe Leute, heute Tag 4 der Reichelsheimer Radwoche. Heute geht es auf die sogenannte Bulauer Runde. Die Gruppe ist noch einigermaßen übersichtlich. Guten Morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das war ich jetzt. Hallo liebe Rad-Schwarz-Freunde, das war heute unsere sogenannte Bula-Wa-Runde. Ich habe euch wie immer den Link zum Komoot GPX-Trek in der Tourbeschreibung zugeführt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.